Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und Willkommen beim Tele-Stammtisch. In unserer Besprechung von Black Friday for Future. Ich bin Nestu und heute mit mir dabei die Lida. Hallo Lida. Hallo. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal den Begriff Black Friday gehört hast? Oh Gott, ich glaube, das ist wahrscheinlich so zehn Jahre her. Ja, also ich würde auch das so verordnen vor zehn Jahren und das ist das so gefühlt rüber geschwappt aus den USA vornehmlich. Und dann habe ich Bilder gesehen und mich haben die Bilder tatsächlich erinnert an die 90er Jahre, als Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf immer so eine ganz wilde Zeit waren, wo die Leute wirklich dann schon eine Stunde vor Ladenöffnung da standen und sich die Gesichter an den Schaufenstern platt gedrückt haben. Und jetzt halt eben Black Friday. Für alle, die nicht wissen, was Black Friday ist, es kommt wie gesagt aus den Staaten und ist der Freitag nach Thanksgiving und da gibt es halt immer besonders große und sehr günstige Sonderangebote. Und dann haben das natürlich Firmen wie Amazon auch übernommen. Und deswegen kennen wir jetzt auch Black Friday. Es ist so ein bisschen wie Halloween, das vor ein paar Jahren auch jetzt keine Bedeutung hatte bei uns und jetzt auch irgendwie allgemein fast schon als neues Kulturgut gehandelt wird. Black Friday ist, wenn man so will, der größte Feiertag des Kommerzes, habe ich so ein bisschen das Gefühl. War das nicht Weihnachten? Ja, also nach Weihnachten. Aber weißt du, einmal Weihnachten reicht nicht im Jahr, deswegen gibt es jetzt noch den schwarzen Freitag. Okay. Also wir haben hier einen Film, der heißt Black Friday for Future, was ja vom Titel her erstmal spannend klingt, denn Black Friday steht für Kommerz und for Future, erinnert sich an Fridays for Future. Und worum es jetzt geht in dem Film, das kannst du uns mal eben kurz erklären. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass er wenig mit dem Black Friday zu tun hat. Ein Schlussverkauf kommt nur in einer Szene ganz am Anfang vor, die auch nicht so wesentlich für die gesamte Handlung ist und nichts mit Fridays for Future, denn diese Demonstration kommt auch ebenfalls nie im ganzen Film vor. Aber dafür einige andere vage, als ökologisch aktivistisch dargestellte Einsätze. Und was es mit denen auf sich hat, ja. Die Hauptfigur dieses Films ist Albert, der ist hoch verschuldet, lebt deswegen mehr oder weniger obdach- oder zumindest wohnungslos auf dem Flughafen, wo er da, ja, sich als Reisender tarnt. Und offenbar merkt, dass niemand, dass dieser eine Passagier da jede Nacht pennt und niemals irgendwie in den Flieger einsteigt. Niemand weiß warum. Und er lernt eine Art Leidensgenossen kennen in Bruno, dem es finanziell ebenfalls so schlecht geht, dass er sich mit Tabletten das Leben nehmen will, nachdem er von Albert einen Fernseher gekauft hat. Das geht allerdings gewaltig schief und die beiden werden zu Kumpels, als sie sich bei einer ja aktivistischen Organisation, die sich unter anderem für Umweltschutz, gegenüber Konsum und alle möglichen anderen vage, grün konnotierten Dinge einsetzt, erstmal durchfuttern will. Und dann aber mitmacht aus Motiven, die nicht so ganz klar sind, abgesehen von einem, er möchte mit der jungen Valentin, die da an der Gruppe sehr involviert ist, offenbar, ja, sexuell anwandeln. Und was daraus wird, dass diese beiden eigentlich nur auf sich selbst und aufs Geld fixierten Männer dahinter der vermeintlich altruistischen jungen Frau her sind, darum dreht sich diese Komödie. Ja, vielen Dank. Ich habe diesen Film verlassen mit einem, ja, mit zwei Worten im Kopf, nämlich, die sind drei Worte, was soll das? Weil ich bis heute, und das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe, nicht weiß, für wen dieser Film eigentlich gemacht ist. Er wurde gedreht und geschrieben von Olivier Nakasch und Eric Toledano, der haben zuvor diesen Ziemlich Beste Freunde gedreht, also war ein weltweiter Hit. Und jetzt halt eben diesen Black Friday for Future, der übrigens nur in Deutschland so heißt, das sollte man klarstellen. Ja, also da kann sich der deutsche Verleih, diese Ehrenmedaille kann sich der deutsche Verleih an das Revier heften. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, für wen ist der Film gedacht? Weil, wenn das ein Film sein soll, der sich so ein bisschen über, ja, diese Protestler lustig machen soll, das geht nach hinten los, da kommt kaum was. Wenn es ein Film sein soll, der für diese Protestler gemacht ist, also das gutheißen möchte, was sie machen, das geht auch nach hinten los. Das funktioniert hinten vorne nicht. Wenn es eine romantische Komödie sein soll, der Film ist nicht romantisch. Wenn es eine Satire sein soll auf unsere Kommerzgesellschaft, funktioniert hinten vorne ebenfalls nicht. Und ich frage mich wirklich, für wen ist dieser Film gemacht? Lida, hast du für mich eine Antwort? Ja, der Film ist für neoliberale, junge bis mittelalt oder sich jung fühlende Männer gemacht. Und also diese Art von neokonservativen, polemischen, in Anführungsstrichen alternative, rechte, parteienwählenden, latent aggressiven, auf sich selbst fokussierten, weißen, straighten, jungen Typen oder mittelalten Typen, für die ist dieser Film gemacht. Denn diese Art von Charakter wird in dem Film gefeiert in Form der beiden Hauptfiguren. Und so viel ist sicher. Und wie der Film dann immer weiter in, ja, in wirklich abgeschmackte Narrative driftet und da Dinge als lustig darstellt, die wirklich nicht lustig sind, abgesehen davon, dass sie weit härtere Konsequenzen hätten, als wir es hier im Film sehen. Das mündet denn auch in einer Szene, die, ich werde sie jetzt hier auch noch nicht vorwegnehmen, aber selbst ich als eine Gegnerin von Corona-Maßnahmen war durch die, ja, Geschmacklosigkeit dieser Szene, mit der der Film endet, doch, davon doch schockiert, auf gewisser Ebene. Ja, das Ende war wirklich sehr, in Anführungszeichen, seltsam und alles andere als geglückt. Ich möchte aber eins vorweg schicken hier, ich werde, glaube ich, jetzt, wie du vermutlich auch jetzt, viel auf den Film raufschimpfen, das haben wir jetzt schon die ersten sechs Minuten gemacht. Es gibt eine Sache, die ich dem Film geben muss, aus meiner Perspektive zumindest. Ich finde, dass die drei Hauptdarsteller, Pio Marmey, Jonathan Cohen und Noemi Marlon, eine relativ gute, solide Chemie miteinander haben. Ich habe denen zumindest ganz gerne zugeguckt. Das sei gesagt, ansonsten fällt es mir auch echt schwer, wirklich positive Wissen über diesen Film zu finden, denn er ist A, einfach nur langweinig. Es tut mir leid, immer nur langweilig. Er ist nicht so noch nicht witzig. Er versucht Witze zu machen, wo ich sage, Leute, das könnt ihr, also natürlich könnt ihr das machen, aber ich finde es nicht witzig. Als Beispiel, wir haben hier Mathieu Amerique als, ja, Schuldnerberater und der Film versucht so eine Art Running Gag damit zu machen, dass er versucht, in ein Casino reinzukommen, obwohl er das nicht darf, weil er da irgendwie gesperrt ist. Also er hat ja auch Spielschulden und ist ein Spielsüchtiger. Und ich verstehe nicht, warum der Film, der so tut, als ob er, ja, die Sorgen und Nöte von Leuten, die Schulden haben, ernst nimmt, dann so einen total albernen und nicht witzigen Witz immer wieder versucht, aus dem Hut zu zaubern. Das ist, ich verstehe es nicht. Ja, du hast recht. Zum einen damit, dass dieser repetitive Gag einfach nicht witzig ist. Er ist nicht amüsant inszeniert und schon beim ersten Mal nicht komisch und noch weniger beim zweiten Mal beim dritten Mal. Also auch ein sehr plopper Humor. Aber da sind wir schon bei einem Hauptfaktor dieses Films, das er einen absolut, ich will nicht nur sagen toxisch, sondern wirklich widerwärtigen Humor hat. Er macht sich über Selbstmord lustig, er macht sich über Depressionen lustig, er macht sich über Existenzverlust lustig, über verschiedene Suchterkrankungen. Er macht sich über sexuelle Belästigung lustig, sowohl sexuelle Belästigung von Männern gegen Frauen, als auch von Frauen gegen Männern. Besonders zweit, das ist ja so ein Klischee, was in vielen Filmen inszeniert wird, wenn Männer sexuell belästigt werden, sei es von anderen Männern oder von Frauen, ist das irgendwie witzig oder amüsant oder sogar emanzipatorisch? Nein, ist es nicht. Der Film macht sich am Ende denn noch, jetzt nehme ich doch ein bisschen was vorweg, aber was sollte ich, wir wollen euch ja nicht dazu raten, euch das wirklich anzusehen, über den Tod von Hunderttausenden von Menschen lustig. Und das ist nicht komisch. Das ist einfach wirklich nicht komisch und auch nicht irgendwie clever gemacht. Ja. Ihm fehlt auch, wie ich finde, eine narrative Stringenz, weil zum Beispiel der Bruno, wir lernen ihn halt kennen, da ist er hoch verschuldet und sorgt sich halt auch um sein Kind, was er halt nicht mehr sieht. Und das ist so in den ersten zehn Minuten dieser Freundschaft zwischen Albert und Bruno wichtig und dann kommt das nie wieder zur Sprache. Und da stelle ich mir auch die Frage, aber warum denn nicht? Ist das plötzlich nicht mehr wichtig für Bruno? Dazu kommen noch andere Sachen, zum Beispiel, dass dann gegen Ende, ja, eine Enthüllung stattfindet und der Film mir sowas sagt wie, ja, das war die ganze Zeit ja ganz klar. Ich so, nee, du holst das gerade jetzt aus dem Sack, so quasi. Und das ist einfach ziemlich faules Erzählen. Es wirkt so ein bisschen so, als ob die Drehbuchautoren, die auch die Regisseure sind, während des Schreibens oder während des Drehens gemerkt haben, hey, ich hab eine coole Idee, ja lass mal einfügen und das jetzt besonders sorgfältig da einzufügen, aber rein damit. Das wird schon funktionieren. Und nee, funktioniert leider nicht. Hinter und vorne nicht. Ja, solche Aspekte haben wir mehrfach, dass da Handlungsstränge angerissen werden und dann überhaupt nicht weiterentwickelt. Wie zum Beispiel dieser Faktor mit dem Kind und auch der Ex-Ehefrau, der Bruno offenbar noch sehr nachtrauert und die dann aber ein paar Szenen später komplett vergessen ist und er ist hinter einer anderen her und es scheint ihm vollkommen egal zu sein. Und es kommt nie wieder irgendwo vor. Das wirkt wirklich nur grotesk oder auch, dass diese Gruppen, die da involviert sind, diese Aktivisten, was deren konkrete Ziele sind, wird übrigens auch nie definiert oder ausgearbeitet, dass die wirklich drastische Aktionen starten und es keinerlei Konsequenzen hat. Das Schlimmste, was einmal passiert ist, dass sie auf der Waffe sitzen und deren Personalien aufgenommen werden. Aber auch das war's dann, ja. Und das ist so worst case, wo man sich denkt, hey Leute, da wäre erst mal Anzeige, Gefängnis, Gerichtsprozess und dann muss man vielleicht ein paar Tausende zahlen, wenn man nicht so ganz ins Gefängnis muss, wenn man sich all solche Sachen leistet wie Hausfriedensbruch, Dokumentenfälschung oder wenn man Notsituationen vortäuft. Also auch das ist strafbar, wenn ich jetzt hier auf einmal so tue, oh hey, es brennt und es brennt aber gar nicht und dann wird Feuerwehr, Kartenwagen und sonst was alles alarmiert. Auch, dass hier im kleineren Rahmen sich insbesondere diese Albert wirklich widerwärtige Sachen leistet, indem er Leuten Freundschaft und dergleichen Unterstützung vortäuscht, die dann aber nur ausnimmt, das wird als zum einen völlig irrelevant, ach naja, ist dann gleich in der nächsten Szene wieder vergessen, Schwamm drüber, dargestellt. Und zum anderen als so amüsander Scherz, so haha, da habe ich jetzt jemanden, der dachte, ich wäre ein wirklich guter Freund für ihn, einfach mal so bitter ausgenutzt und mir das anderen Geld an den Nagel gerissen. Ist ja verdammt lustig. Wer lacht über sowas? Das sind einfach wirklich nur Witze für Arschlöcher. Ja, und der Film, finde ich, bedient auch relativ klar, ja, gängige Klischees, die man von solchen Protestern oft hat. Ich werfe mal die Begrifflichkeit der Bionade-FDP in den Raum, weil zum Beispiel die Kaktus ist hier Codename, die ist gespielt für Naomi Malon, wie hieß sie, Valentin hieß sie, ne, im bürgerlichen Namen? Nee, Malon. Achso, Valentin, ja, Valentin. Naomi Malon ist die Schauspielerin, Valentin ist der Filmname. Genau, und im Film hat sie den Spitznamen, den Codenamen Kaktus jedenfalls. Und die wohnt halt in einer Wohnung, wo ich mir auch denke, nie im Leben wohnt dort jemand, der wirklich sich für diese Proteste hergibt, weil das ist eine Wohnung, Altbau, Decken, hoch wie der Eiffelturm, sporadisch eingerichtet, aber die muss eine Mieter, also entweder ist der Vermieter tot und keiner weiß es, oder aber sie ist die Eigentümerin. Das ist natürlich jetzt, so kann man natürlich sagen, nitpicking, aber wenn der Film hat schon versucht, mir klarzumachen, dass diese Kaktus halt wirklich eine, ja, jemand ist, der für Fairness wirklich auch kämpft und sich auch wirklich sehr einsetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Mensch in so einer Wohnung ist, beziehungsweise sich so eine Wohnung leisten kann. Ja, in dieser Wohnung könnten in der Tat drei oder vier Familien wohnen und die ist mit Designernwirbeln eingerichtet und während der Kaktus in der Wohnung sitzt und davon redet, dass das jetzt irgendwie Enthaltsamkeit sei, merkt man, diese Szene ist vollkommen ernst gemeint. Ist jetzt nicht etwa Kritik an einer neureichen Jugend, die Enthaltsamkeit predigt, aber in so einem Überfluss lebt, dass dann die Enthaltsamkeit so aussieht, oh, ich habe hier meinen ganzen Besitz in einem schicken Wandschrank versteckt und das ist jetzt mein Minimalismus, sondern dass das vollkommen ernst gemeint wird, nur weil ich je Quadratmeter irgendwie der Wohnung mit, was weiß ich, irgendwelchen Gimmings voll gestopft ist, sei das Verzicht und so zu leben in dieser schicken Altbauwohnung, ist ja völlig normal. Das habe ich öfter, dass dann Leute davon erzählen, sie sagen, sie arme Studenten oder arbeitslos und leben dann irgendwie in einem Dachgeschossloft in Mitte, der mal locker 2000 im Monat kostet. Aber hey, sieht es steiles aus, weil es da eine untapezierte Backsteinwand gibt und deswegen wird dann irgendwie so getan, als ob das Ding nur 300 Euro warm brutto kosten würde. Und ich glaube, in diesem Zusammentreffen in der Wohnung ist es ja auch, dass wir dann irgendwie mitbekommen sollen oder es wird relativ klar gemacht, dass es ja da noch einen Verehrer gibt, einen zweiten Verehrer neben Albert, der was von dieser Kaktus machen möchte. Und dann dachte ich mir, okay, das ist irgendwie nochmal wichtig, dann wird das aber auch wieder komplett fallen gelassen, nur um es dann wieder auf den letzten Hüben rauszuholen. Und ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Also dann, mir fehlt einfach diese, ich nenne es mal, Stringenz einfach dabei. Und das hat der Film wirklich gar nicht. Und was ich auch doof finde an dem Film ist, ey, wenn ihr euch über diese Protestler lustig machen wollt, ob es jetzt Black Friday for Future ist oder wie sie ja eigentlich alle heißen, dann macht das, ja. Aber dann macht das auch richtig. Dann steht dazu, dann habt ihr auch ein bisschen Spaß dabei. Von mir aus schlägt über die Stränge. Aber das, was hier gemacht wird, ist halt, es ist so energielos, so kraftlos, so ohne Bist. Und zwar auf beiden Seiten Bist, also kein Bist vorhanden. Wirklich gar nichts. Und ich, wie gesagt, ich wiederhole meine Frage vom Anfang, obwohl du die ja schon beantwortet hast. Ich weiß nicht, für wen dieser Film gemacht ist. Wirklich nicht. Also mich hat er auf jeden Fall wirklich null abgeholt. Da war wirklich nichts dran und drin, wo ich sage, ja, das hat für mich auch nur irgendwie funktioniert. Leider. Wir haben zwischen Valentin und Albert, die uns ja dann als sich anbahnendes Liebespaar verkauft werden sollen, hat auch keinerlei romantische Stimmung oder Anziehung. Man fragt sich nur, was will sie von ihm? Was findet sie an ihm? Es ist überhaupt nicht klar. Er hat an ihr offenbar auch nur ein sexuelles Interesse. Was dann aber uns als Romantik dargestellt wird, zum Beispiel im Motto, hey, wenn ein Mann mit einer Frau ins Bett will, dann ist das irgendwie Liebe. Ist jetzt natürlich kein, auch, also auch Triebe sind in Ordnung. Aber diese Romantisierung von einem reinen physischen Interesse, das wirkt vollkommen abgeschmack- und grotesk. Es passt aber zum herablassenden Frauenbild des Bildes, was wir auch daran sehen, dass die romantischen Gefühle, die eine etwa gleichaltrige Frau für Bruno hat, und diese Frau entspricht eben nicht dem, ja, ein jugendlich attraktiven Ideal, das Valentin erfüllt, die werden als komplett ekelhaft und lächerlich und grotesk dargestellt. Also wenn ältere Menschen oder Menschen, die nicht einem bestimmten Ideal entsprechen, irgendwie begehren, Lust oder dergleichen, oder überhaupt nur Gefühle für andere äußern, dann ist das grundsätzlich ein Gitt. Und ha, ha, ha ist ja albern. Die haben gefälligst, ja, vollkommen enthaltsam zu leben. Ja, es gibt ja auch so eine Szene, wo es um Umarmungen geht, wo ja auch so versucht wird, Witze daraus zu machen, dass ich da jetzt zwei Männer umarme, und dann kommt da noch die Frau dazu, und dann wird die Umarmung ja doch noch gut. Und ach, das ist alles so abgeschmackt, das ist unglaublich. Ja, das sage ich ja neoliberal. Es ist altbacken, es ist neoliberal, neokonservativ, es ist völlig verstaubt in seinem Humor, es ist einfach nur unangenehm, und wirklich ist es nicht lustig. Es ist nicht mal für Leute, die jetzt vielleicht sagen, ha, ich habe aber jetzt mehr so einen bösen, so einen fiesen Humor. Nein, es ist nicht witzig, und die paar Gags, die die haben, werden dann oft auch, wie zum Beispiel der mit dem Casino und dem unglücklicherweise in diesem Film gelandeten Mathieu Amérique immer wieder holt. Und spätestens beim vierten, fünften Mal lacht ihr nicht über den Witz. Ja, und dazu kommt auch noch, dass dann aus dem Nichts auch so noch so eine kleine Episode eingestreut wird, wo es fast schon ein Heist-Movie wird, was auch von vorn und hinten nicht funktioniert. Ich habe auch nie das Gefühl, dass der Film die Konsequenzen ihrer Aktion auch wirklich aufzeigt, weil die halt wirklich da Sachen machen, also gerade hier Albert und Bruno, die halt wirklich strafrechtlich mehr als relevant sind, und das wird mehr so, ja, das war jetzt aber böse, das gibt jetzt aber Ärger, ne? Das gibt jetzt aber, und dann wird es auch nie wieder aufgegriffen. Ja, das hatte ich ja mehrfach bereits angesprochen, ne? Das Schlimmste, was denn passiert ist, dass man einmal auf die Wache muss, aber auch das nur, damit kurz die Personalien aufgenommen werden. Ja. Also wenn man dann zumindest sehen würde, dass es da irgendwie Prozesse oder Kosten gibt, das ist ja auch nicht Zufall, dass solche Aktionen wie, also solche Organisationen wie Greenpeace einen regelrechten Fonds haben und ein eigenes Anwälteteam, weil das Konsequenzen hat, wenn man sich mal irgendwo vom Atomreaktor abschweilt, ja? Und man kann sich auch übrigens nicht ohne Anmeldung einfach irgendwo hinstellen und demonstrieren. Ja, Demonstrationen ist erlaubt, aber das muss angemeldet werden. Und dann kommt da Polizei und meistens mehr Polizei als Demonstranten. Und wenn es eine Nazi-Demo ist, da kann man manchmal gar nicht unterscheiden, wo die Polizei eigentlich steht, mit den Nazis oder vor ihnen oder dazwischen. Ja. Gut, ich würde sagen, bevor die Podcast-Polizei kommt, könnten wir jetzt hier zum Ende kommen. Oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Nö, mir reicht's. Okay. Kann ich dich vielleicht doch überzeugen, nur ein kleines Fazit zu sagen? Ja. Ein, zwei Sätze noch? Final? Ja. Also, wie der Originaltitel heißt, ein schwieriges Jahr. Gefühlt lebt man dieses schwierige Jahr, wenn man sich den Film anguckt, denn er fühlt sich genauso lang an und ist, ja, schwer auszuhalten. Ähm, ich bin auch komplett bei dir. Ideologisch ist das nicht gut, aber ich muss ehrlich sagen, wenn der Film mal zumindest unterhaltsam wäre, wäre das mit der, ja, mangelnden Ideologie oder schlechten Ideologie, wäre mir egal gewesen, aber der ist ja auf beiden Seiten, ist der leider komplett Terrorkopierer und deswegen keine Empfehlung. Wenn der am 28. Dezember in die Kinos kommt, dann gönnt euch das und lasst diesen Film sausen und beenden das ja mit irgendeinem anderen Film, aber bitte nicht mit Black Friday for Future. Wir sind damit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und auf unserer Website tele-stammtisch.de. Ich sage Au Revoir und Lida dir über das letzte Wort. Diesen Black Friday vielleicht einfach mal gut sein, nicht noch mehr einkaufen, an die frische Luft gehen, alte Sachen tauschen und natürlich unsere Podcast hören. Macht's gut, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.